Moin Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Credit Team mit Olli. Moin Olli. Hallo Olli, hallo, 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 hallo. Ja. Bist du auch noch da? Sag doch moin Leute. Ich bin Schüchter. Sag hallo. Hallo. So, nun. Und zwar habe ich mit Henrik auch schon so ein paar, wollte ich nochmal nebenbei erwähnen, zwei Credit Teams aufgenommen. Die kommen demnächst, weil Henrik die aufgenommen hat und der hat gerade keine Zeit. Dies zu produzieren. Also, piss dich Henrik. Ah, Spaß. Nein, aber, ja, so. Nicht so wie Crysis. Hier ist das Intro und jetzt wird es beendet. Hör auf. Also, wir fangen mal direkt an. Warte, wir haben 24 Teams hier. Aber stellen die Aufstellung nicht ein. Genau. Also einfach alles lassen und dann suchen wir was. Ja, pass auf. Also, ich zeige es nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Ähm, folgendermaßen. Wir gehen hier in unsere Auktionssuche. Bist du auch schon drin? Ja, da logen, Puppe. So, Spieler. Dann haben wir halt 4 ins 2 und 2. Stellen wir aber nicht ein. Das Einzige, was wir einstellen, ist Sofortkauf Mindestpreis 150, dass wir natürlich die sofort kaufen können. Und da keine Auktion bei sind, sondern nur Sofortkauf Käsekrams. Ne? Ja. So, und jetzt stellen wir nichts ein, sondern, ja doch, die Position halt. Wo fängst du an? Ja, ich fange Dömer. Okay, dann fange ich mit dem Torwart an. Ja. Okay, und dann, ähm, ja, würde ich sagen, äh, go, ne? Warte. Warte. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Ja. Also, dann noch die zweite Seite und dann einer von den ersten dreien. Bitte, bitte. Oh mein Gott! Oh, was? Knapp verpasst. Ich könnte Bastost oder Soul Campbell mit 87 Tempo holen. Ich könnte, soll ich mal sagen, meine, die da wären. Ähm, einmal Beto, Konzili und Lux. Oh mein Gott. Ah, Lux, der alte Lux. Oh Mann, Akin Feb war ein daneben. Oh Mann. Scheiße. Also, ich denke mal auf die Position, wenn ich mich mal verbessern muss. Ach, ich nehme mal einfach. Dann nehme ich wohl erstmal einfach ihn. Oh Gott. Für 600. Ich habe schon 20.000 ausgegeben. Ja, wir haben halt 275.000 Münzen zur Verfügung. Jeder, also wir haben genau gemacht damit. Ah, ist richtig. Warte, wie war das noch? Man nicht mehr nehmen kann. Warte, was noch so und dann auch. Also jetzt machst du rechter Verteidiger. Und ich muss halt noch einen zweiten Sturm auf, dann logisch. Also, ich bin ready. Also, RV? Ja, RV. Ja, gut. Ähm, ich bin ready. Kill Duties machen. Eins, zwei, drei, go. Nack, nack. Okay, zweite Seite. Ah. Oh mein Gott. Falcao. Den kann ich nicht nehmen. Der ist zu teuer. Wie heißt der? Carlos Martinez. Kostet 145k. Oh mein Gott. Und dann habe ich noch ein Bronze. Kann ich zwei Kao kaufen, denn habe ich gleich gar nicht mehr. Ein Bronze und ein Silberspieler. Oh mein Gott. Oh Gott, das ist das. Ja, ich habe jetzt einen Silberspieler. Ja, klar. 66er Silberspieler. Ja, sehe ich ja schon mal. Schlecht. Nein, nicht im Verein speichern, nicht voll idiot. Egal. Ja, von Wolfswinkel. Ja, grüß dich. Jetzt mache ich Z-Ram und du machst Endverteidiger. Moment, lass mich kurz. Ach, man hat Joker. Was ist das denn? Ja, ich meine Auswechselbank. Führen wir ja auch noch raus. So machen wir das. Weißt du? Ach, die muss mit? Ja, klar. Sowieso, sonst kannst du nicht spielen. Ach du Scheiße. Die füllen wir nicht mit Spielen auf. Du fallern da irgendeine. Ne, ne, ne. Ja, das ist besser für Joker. Okay, wir können so... Ne, ja, wir müssen uns schon festlegen. Ja, wir machen das. Joker, ob du das. Aber Joker machen wir dann keine Position, sondern einfach einen von den drei. Ob das jetzt ein Stürmer, ein Klauerwart oder ein... Aber das ist doch kacke. Ja, aber das ist auch geiler. Hab mit Glück. Wenn du genau weißt, ich brauche nur einen Stürmer, das ist kacke. Ja, schon. Das finde ich geil. Also ich bin... Da kannst du trotzdem Gölä ziehen, ne? Weil ja trotzdem nichts begrenzt ist. Ja. Ja, egal. Also im Verteidiger. Moment, Moment. Ich bin... Bin... Ja, die jo. Okay, drei, zwei, eins. Jetzt suchen. Zweite Seite. Na, immerhin, aber trotzdem, ey. Oh mein Gott! Ey, doch, der ist gut. Wir bräune in Form für 287.000. Ein 63er-Bronzespieler und ein 65er-Silberspieler, ey. Ich hab Lucio, Gellis oder David Luiz. Eigentlich Lucio ist an sich besser so, aber... David Luiz ist so Geheimwaffe. Und der ist auf jeden Fall auch schneller. Ich nehm David. Na ja... Ja, ich muss noch an den Verteidiger, ne? Ja, aber... Müssen wir gucken, dass wir uns nirgendswo treffen, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie viel Chemie am Ende rauskriegt. Mhm, ich bin ready. Fünf Chemie oder so. Ich bin ready. So, ich mach jetzt... ZDM. Ich mach nochmal einen Verteidiger oder was? Ja. Okay, I'm ready. Okay. Mach du wieder. Eins, zwei, drei, go. Keine Ahnung, sonst sehe ich immer andersrum machen. Und zweite Seite und? Zweite Seite. Oh. Ey, ja, ja. Endlich mal, das läuft, das läuft. Ich auch. T.O.T. Rommelts. 82. Du. Verzwölf hast du für ne, man sieht. Komm, die Verteidigung schon, Alter. Ja, die beiden sind... Also, die Verteidigung ist schon mal gut. Dafür hab ich einen Gülle-Tower und Gülle-Rechtsverteidiger. Ich hab Gülle-Stürmer, Mann. Okay, der eine ist ganz cool. Wer denn? Nochmal. Du, du, schon wieder... Äh, Tempel. 87 Tempel, Silberspieler. Ah, das wird bestimmt vorkommen, dass wir Duplikate hier bei mir auch sehen, zumindest. Bei dir wär's bestimmt das Gleiche auch, vielleicht, wenn du gut es siehst. Aber, ne, Hommels hab ich da zum Beispiel so. Bei Henrik in der Aufnahme war das so, dass wir da öfter mal das... Also, bei mir fast bei jedem Spieler, ne. Du wirst ja dann noch sehen, wenn Henrik das mal produziert, endlich. Also, ich mach jetzt rechtes Milfeln und du linker Verteidiger, ne? Okay, ich bin ready. So. Drei, zwei, eins, jetzt suchen. Und zweite Seite. Oh, erste wär nice. Ja, aber der ist aber nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh, die Maria. Geil. Also, vorher, früher konnte ich mal gut mit dem. Also, beziehungsweise, bevor ich alle verteidigte, hatte ich den ja da spielen. Rathma. Ist ein guter Junge. Buchs. Nee. Raogo. Ja. Jawohl. Der ist gut eigentlich. Fein Kilt. Der sieht nicht so aus, als wenn der so gut wäre, aber ich finde, der ist besser als seine Werte aussagen. Ich hab die Maria. Richtig geil. Schon wieder ein Duplikat. Ah, sieh, Alter. Na, ich komm ja auch noch zu den Positionen, ne, mein Freund. Ähm, ja. Jetzt muss ich linkes Mittelfeld. Moment, 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 Moment. Ich hab noch 236.000, Alter. Ich hab noch, ähm, glaub ich denn noch, 255. Ich hab mir Falcao vorhin holen müssen, ey. Tja, lieber. Jetzt hab ich mir so einen Kack von Wolfswinkel gekriegt. Krieg mich jetzt noch. Äh, was, was mach ich da? Warte, also, was mach ich jetzt? Ich muss jetzt, der TM. Okay, I'm ready. Ich auch, mach du. 3, 2, 1, let's go. So. Seite Seite. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm, komm, komm. Es wurden keine Auktionen gefunden, die dann Suchkriterien ersprechen. Michel Bastos, Diego in Form. Seite 2. Oh mein Gott, der Rest ist Flum. Oh mein Gott. Hm? Der Rest ist Flum. Von Freiburg. 75, Mann. Ich hab Michel Bastos, Alter. Und Diego in Form. Heftig. Aber Diego in Form, da kann man 800.000. Ja. Total lächerlich. Und so ein Bronzekackspieler, ich hab Michel Bastos. Ja, das ist halt das Ding, auch wenn einer das zu überteuert draufstellt und der bei den dreien ist, ne, ist natürlich ja... Oh mein Gott, ich krieg Flum, ey. Für ersten Sätze noch so, oh, Martinez und so, und dann kommt so Flum. Ja. Jetzt muss ich linker Verteidiger. Was muss ich denn, äh, Dings, denn jetzt, ne? Z-O ein. Und danach die Flügel und dann die Stimme. Okay. Also ich bin linker Verteidiger, jetzt zähle ich wieder, okay? Okay, 3, 2, 1, eh, jetzt suchen. Kann ich mir mal einen guten kriegen? Beide Seite. Es sind keine Auktionen verfügbar. Es sind keine Auktionen verfügbar, 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 es sind keine Auktionen verfügbar. Karen Gibbs. Ja, ich, ich darf keinen ziehen übrigens. Warum? Z-O-M, 150, suchen. Es sind keine Auktionen verfügbar, die dann Suchkriterien entsprechen. Fange die Anzahl der Bedingungen, um deine Chance dorthin, eine passende Auktion zu finden. Was ist das für ein Fail? Es wird dir wohl einen Z-O-M geben. Der zum Sofortkauf ist. Also es ist kein, ja, tut mir leid, du kannst gerade keinen, äh, Sofortkauf. Kanter-Ram, dann mach ich erstmal Flügel. LF oder was ist das? Oder sind sie LM? Ne, LF. L-M. Ja, klar. Bin ready. Ja, du musst eh noch, nochmal machen. Ich hab ja jetzt schon, like Karen Gibbs gekauft. Also LM. Okay. Ich brauch echt noch einen neuen Stürmer oder einen neuen Stürmer. Meine Mannschaft geht eigentlich, Mann. Wie Maria, Michelle Bastos, JT. Und dann so ein offensives mittelfeldscher Bracke. Wie heißt der? Komas Sinkovic. Ah, ich bin mir nicht sicher. Gonzales oder Simao? Die sind beide gut. Gonzales ist zwar ultra schnell und der ist auch gut. Und 80 Schuss und ich kenn ihn ja auch. Hab ja auch in meinem russischen Team drin. Deswegen, ah, guck mal, Pate nehmen wir Bale, ne? Boah, war ein bisschen teuer. Vorher, wir haben ja mit einer Million gemacht. Deswegen war das nicht so, ne? Ähm. Aber ich weiß es nicht. Der ist aber drüben stärker. Egal. Geist, ihr habt gelaufen. Scheiße. Genau, ihr habt es abgelaufen. Danke. Aber ich könnte noch ihn nehmen. Aber da kann ich gut schießen. Scheiß drauf. Oh, schnell kaufen. Fast auch abgelaufen, ne? Scheiß drauf, ich brauch nicht so Pate. Ich dribbel mich da durch dann mit ihm. Weil ich wollte ihn erst. Ich wollte erst doch jetzt Gonzales nehmen. Aber ist, glaube ich, schon gut, weil ich nicht ihn genommen habe. Weil es eh so die Duplikate und mal andere spielen so. Das ist die Mauer, hab ich ja noch nie so gehabt. Aber der gehört ja gar nicht hin. Aber na, egal. Kommt gleich noch alles. Also ich bin jetzt bei der Verdeckung. Du müsstest jetzt eigentlich... Warte, ich muss noch einen. Ich muss rechts kurz noch einmal ziehen. Warum? Ja, weil ich doch eben Z-D-M nicht konnte, weil da keiner gefunden wurde. Oder ich mach jetzt Z-D-M, warte, ich guck noch mal. Nee, Maka, warte doch, wir sind jetzt wieder gleich auf. Wieso das denn? Ich hab doch jetzt gewartet, wo du eigentlich bist. Ach so, ja, das ist gut. Ja, du merkst, hab ich verpeilt. Ja, wir sind ready. Okay, 3, 2, 1, jetzt suchen. Gibst du jetzt mal bitte Zeit an? Ja, siehst du, gibt's auch so viele. Zweite Seite. Und, Innenverteidiger. Oh mein Gott. Oh Gott, wenigstens tief. Hast du den auch? Ja. Drei nehm ich hier nicht. Oh man, Kabul, aber da kein... Nein, da war noch so Tevez und sowas, ne? Bisschen weiter. Da hat kein Vertrag mehr, Kabul. Ne, obwohl... Ah, da ist aber mir hier dribbling, dribbling stark. Dribbling stark. Aber trotzdem. 92 Dribbling, alter. Hab ich auch noch nie gesehen. Ne, hab ich auch schon. Alter, wen hab ich eigentlich nicht? Oh, 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 oh. Keiner, wo der hinkommt. Da oder so. Nein, Quatsch, der kommt. Ach, egal. Und jetzt kommt... Wollen wir auch noch einen zweiten... Es kommt still, Mann, ne? Erstmal. Zweimal. Ja, ja. Hast du deine Flügeleiter? Oh, scheiße, ich hab... Äh, ne, ich muss noch eher... Äh, ähm. Ja. War ich gerade erst mal noch. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Ich hab schon auf Suchen gedrückt, aber ganz schnell weggemacht wieder, eben. Und zweite Seite? Komm schon. Oh, Celão. 150.000. Zweite... Der geht's... Der ist zwar... Ja, ja. Aber zweite Seite. Erste Seite kommen bei mir immer vor, gar die Leute. Und die könnte man sich ja locker leisten. Und zweite Seite, man sagt Gillescheiße. Celão, alter. Brasilianische Infantiliger. 150.000. Auf Gaetan. Auf Gaetan. Der ist nicht ganz schlecht. Also, der ist nicht schlecht so, aber... Die bessere, ne? Du musst mir jetzt Sabi-Lewis holen, die anderen waren scheiße. Und überteuert. Fakt dir einen Preis mal vorhin. Komm, ich steckte gar nicht so. Jetzt muss ich noch meine Stimme. Ja, ich muss jetzt noch einen rechten Verteidiger und ein Torwart. Okay, meine Leute. Warte. Warte. Ein rechter Verteidiger, aber ich bin auch ready to do do so. 3, 2, 1, und go. So. Beide Seite? Ey, sie sind halt immer so gut, ey. Sie sind so blau und schwarz. Ja, immerhin. Oh, Miguel Lopez. Den Kauwink. Doch, ist. Auch nicht schlecht. Echt? Hm. 10.000. Ich hab noch 236.000. Gut für die Joker. Ja. Wenn man eine gute zieht. Hoffentlich. Nachher zieht man nur das gleiche. Nur, ich brauch jetzt noch einen Torwart. Einen gescheiten. Ist auch noch ein gescheiten? Zweiten Mittelfeld. Äh, Mittelfeldstürmer. Äh, also stimmt. Bin ready. Ich auch. 3, 2, 1, go. Sagen wir die Joker, sagen wir aber nicht, okay? Ne. Die sehen wir dann später. Kann man ja dann sagen, so ja, welcher Joker war. Welchen du? Oh, mein Gebet ist. Ja, was du dir tun. So, zwei, die Seite. Da brechen Barclays Team. Zum Geller. Spaß. Der Kassi. Ich habe egal. Wüns. Es war. Alter. Voll pace. Nur ein bisschen. Man zieht es nicht so viel. Okay, jetzt die Joker sagen wir aber nicht. Okay, es ist, äh, ja, dann, bei Anpfiff sagen. Das müssen wir einfach alle Spieler machen, oder? Ja, wie wir, denke ich mal, oder nicht? Ja, aber dann machst du es gut zuerst. Also siebenmal. Siebenmal. Also sollen wir die gleichen. Siebenmal das so machen, ne? Ja. Ja, okay. Zählt? Zählt für mich? Mit 3, 2, 1, go. Ich bin ungeregt. Komm schon. Kann schon, Papa. Also wird das wieder die ersten drei oder den ersten? Ja, die ersten drei. Oh, da. Denk ich mal, werde ich ihn nehmen. Weil er kann ein bisschen schieben. Ja, ich habe ja noch. Was? Ey, so teuer ist er, glaube ich, niemals mehr eigentlich. Ich frage dich gleich nochmal. Ich kann eigentlich jetzt auch schon, oder? Ja, du kannst jetzt. Ich zähle mal. 3, 2, 1, nun. Go. Bei der Seite. Oh. Super. Ja, gar nichts. Aber man muss immer wieder zurückgehen, ne? Obwohl man, also man könnte zwar nochmal einfach direkt auf die zweite Seite, wie das wird schon, nachdem man zugewiesen hat. Aber wir machen doch so, dass wir dann zurückgehen auf Aktion und dann wieder auf suchen drücken, ne? Damit das wieder neu mischt. Ja, gut, ich bin drauf. Du musst für mich zählen. Ich meine, du fertig bist. Ja. Nicht mehr vier Sekunden. Ach, jetzt muss ich diesen Gülle-Käse-Nasen nehmen. Also, von dem wäre in der ist ja geil, aber... Keine Ahnung. Hm. Gülle-Käse-Nasen. So, also 3, 2, 1, go. Ja. Komm, komm, komm. Äh, hm, das muss ich mich entscheiden. Scheiße, sind noch paar Sekunden drauf. Ich weiß nicht mehr, wen ich da hatte. Fuck, da auch nicht. Ah, ach, der würde... Egal, der ist aber gut, der nämlich. Das Problem ist auch, wenn der nicht direkt in die Form... Das heißt, da hätten wir mal überlegen sollen. Der passt vielleicht nicht direkt rein, weil... Also in diesem Fall ist es zwar ein EM, aber angenommen es wäre ein EF, weißt du? Ja, dann ist es halt so. Das ist halt Chemie-Käse. So kacke. So kannst du mich zählen? 3, 2, 1. Letzten Goden. Go. Du Hoden. Und zweite Seite, die ersten Dreh. Aber zu teuer, oder nicht? Nee, 200. Wie, du hast noch 200? Nein, aber den Maga kostet 200, die mir jetzt holt, weil... Achso, 200? Ich dachte, 200, ja. Ey, wir ready, ne? Mach, ne, wir ready. 3, 2, 1, go. Ja, dreht euch. Da bin ich noch gar nicht, ich hab grad was getrunken, ja. Such. Die Joker sind bisher die größte Wotze. Ja, schon wieder. Ich hab vergessen, wenn ich da hab. Weißt du noch, wenn ich ZDM hab? Nee. Scheiße, ich weiß das nicht mehr. Egal, einen davon muss ich so oder so nehmen, dann nehm ich natürlich ihn. Der haut immer noch mit nem Hammer da drauf, wenn die Auktion zu Ende ist, ne? Ja. Das ist unglaublich. Steht für mich. 3, 2, 1, go. Warte, Seite. Oh, erstes da. Scheiß raus. So, ich guck... Oh! Ich guck mal kurz, wenn ich... ...so noch vielleicht brauchen könnte. Ja, das war okay. Aber da hab ich die falsch genommen. Den hol ich mir doch mal. Ich sag, das wird hier aber gleich erst um. Ja, das war ne gute Entscheidung eigentlich. Weil da hatte ich geil getan. Auf RM, den ich mir neu geholt hab. RM bräuchte ich auch noch neu. Und RV und Torwart. Heute auch noch einen neuen Torwart. Stör mir auch. Okay, mach Ready, 3, 2, 1, go. Warte, bin ich dran? Ja, du bist. Ich hab doch gerade... Das ging aber schnell. Okay, bin... Ja, man, wir haben hier noch nicht mehr Zeit, ne? Chill, man, dein Eif. Ich mach mich doch schon. Oh, Gott. Na, pff. Nimm mich ja wohl nicht. Ich hab mir eben auch den schlechtesten genommen für 200, weil... Die anderen beiden, die waren schlechter und teurer. Egal, das ist nicht ganz gut. Und dann überrichtet die Kacke. Jetzt muss ich eine LF nicht mehr statt LM. Egal. Oh, LaVecci, oder was? Nein. Okay, das war ein Ziel für mich. 3, 2, 1, go. So. Also, LaVecci, das wäre schön gewesen, ey. Obwohl, der auch nicht ganz... Oh! Gleich hat der... Aber ich hab auch mal da. ...richtig die Mega-Leute und ich hab den Gildekinder, obwohl ich noch so recht viel Geld hab. 125. Bin ich... Bin ich schön, dass ich jetzt den hab. Mit der Maul. So, ich bin ready. Okay, 3, 2, 1, go. Wir können ja gerne mal unser Team vorlesen. Mhm. Also, oder... Zumindest sagen. Oh mein Gott. Dann... Dann... Den hätte ich vielleicht nochmal gebraucht. Oh, scheiße. Den hätte ich mir sogar leisten können. Verdammt. Und dann können wir ja so sagen... Äh, dann sagen wir aber nicht, welche unsere Joker sind. Sondern im Spiel dann so. Wie die so eingebunden sind. Ja, den hab ich grad ersetzt. Und so, weißt du? Mhm. Mann, das ist ja richtig scheiße. Obwohl, das siehst du dann ja. Bei mir. Ja, wir sagen, was sind wir noch. Da hab ich schon eine gute Position. Hast du jetzt einen? Das wird knapp. Machen wir gerne einen Nudelauflauf. Den... Ja, ich auch. Kann ich... Warte. Ja. 3, 2, 1. Let's go. Tanks. Das wird jetzt nur richtig, aber ich weiß gar nicht mehr wie... 1, 2, 1, Stürmerbräuhe noch und. Oh, Gott. Okay, doch. 1, 13,000 Mal. Mann, ich hatte ein für 100.000 Trinkenstürmer. Also fast nicht, wenn er weiter nach rechts übertrieben hat. Ich bin ready, 1. 3, 2, 1. Du musst jetzt wechseln. Go. Ja, ich bin noch nicht schlecht. Verkosten. Ja, geh weg. Ich bin jetzt auf der zweiten Seite. Ja, man den einen kann ich holen, aber der Kurs ist zwar gut, aber... Na, nicht. Ich kann nichts anderes... Was? Der ist überteuer. Egal. Aber ich weiß nicht. Ne, das kann ich nicht machen. Ich musste mir zum Scheiß Saudi-Arabien... Der ist zwar mega gut, aber... Ey, sag nicht so Scheiß. Ich hol mir auch einen... Ich hol mir den auch. Nein, die ist vorbei. Jetzt muss ich mir Birgater holen. Das kann ich ja sagen, ne? Die ist schon... Ich hab auch... Die ist schon vorbei. Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mir den... Nein, das ist unfair. Aber der ist auch vorbei. Jetzt muss ich neu suchen, oder was? Oder soll ich... Ja, man, wenn du so lange wartest, bis die vorbei sind... Ich musste erst mal gucken und abwägen, du kleiner Wichser. Ja, soll ich einen Neu suchen, oder einen Gülle nehmen, der daneben ist? Ja, nimm Gülle. Ja, weil... Die drei sind schon alle vorbei, meine ich. Weil es ist ganz schön... Ja, nimm Gülle. Also, ist er auch schon vorbei? Dann nehmen wir den... Ist er auch schon vorbei? Ist er auch schon vor... Ey! Nein! 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 Wenn du dir jetzt so... Wenn du dir jetzt so einen Legaspieler holst, dann... Ich wollte das in gutem... Nee, der hätte ich so gebraucht, ne? Du mal mal... Oh, dann kommt so eine Scheiße. Ich muss neu suchen. Yo! Die ganze Seite ist weg. Nein! Ich wollte drauf... Ich schwör auf alles. Ich wollte drauf drücken. Der ist weg. Ich will ganz schnell wieder weiter. Der ist weg. Ich hätte mal mehrere weiter und dann drücken sollen. Ja, die sind alle weg jetzt. Jetzt muss ich neu suchen. Da konnte ich aber echt nicht für so schnell. Ich habe so schnell gemacht, wie es ging. Sonst hätte ich mir auch nicht so tot gelacht gerade. Oh mein Gott. 3, 2, 1, genau. Los. Ja. Na, wen holst du dir? Nene, Dias oder Pazzini? Ah, das ist unfair, wenn du guckst. Das wollten wir doch nicht. Ja, wenn... Einmal muss ich das machen. Ja, den kann ich ja nur. Das ist klar, wenn ich mir doch eigentlich... Und da ist er weg. Pazzini. Tut mir leid. Aber auch einmal durfte ich doch spähen. Das ist nicht lustig, du Arschloch. Habe ich doch selber gesagt, wenn ich nenne. Quasi. Das war ja auch klar. Ja, also... Hurensohn! Das was? Nicht ein Ficker. Nackenficker. Das war... Oh, einen darf ich noch. Gleich auch. Scheiße. Ich habe noch zwei auswecken. Unbedingt. Bitte. Ich habe noch zwei Auswechslspieler. Also, ich bin 1-2-2. 3-2-1, go. Bitte, bitte. Ich brauche noch einen Stürmer. Und Reng? Du bist nicht 2-2-2. Du hast den jetzt. Dann mache ich nochmal. Oh mein Gott! So einfach ist das. Ich muss mir einen von den Kackbratzen holen, ne? Oh Mann! Ja, hol ich mir den. Ey, so eine Gülle, Alter. Was soll ich denn sagen? Einen, um einen geilen Stürmer zu kriegen und spiele ich mit Van Wolfswinkel. Ja, ich habe einen Gülle-Torwart wie Sau. Das ist noch heftiger. Habe ich vergessen. Das kenne ich nicht, glaube ich. Weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Oh so. Erzählst du? Ich hätte mir übrigens gerade Marien kaufen können, aber das freut mich dann. Erzählst du? Naja. Okay. 3, 2, 1, go. Bitte. Bitte. Hast du keine Auktion? Will der mich verarschen? Das sind tausend Spieler drauf. Nö, das ist Gott. Keine Auktion verfügbar. Mann. Geh wieder zurück. Bin ich schon. Bin ich schon. Ich geh jetzt erstmal in mein Team. Guck erstmal. Oh, das ist ja ein schönes Team. Ich hatte noch nie ein schlechteres Team gebastelt. Noch nie. Eigentlich. Ah. Oh, das war dumm von mir. Für Pazzini. Ich hatte nämlich schon einen Joker geholt. Aber ist ja egal. Du musst es sowieso füllen. Ja, und das gab es eh nicht. Es gab es. Es gab eh nichts besseres. Und deswegen, ja eben. Darf man ja. Ist ja egal, wie viele man dafür tut. Genau. So, ich probiere es jetzt nochmal. Vielleicht darf ich jetzt ja was kaufen. Transfer-Sperre vielleicht jetzt vorbei. Fertil. Zweite Seite. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wen? Ja, nur Scheiße. Einen daneben hätte ich Henri vielleicht noch wenigstens ziehen können, ne? Obwohl ich den auch nicht hätte gebraucht. Gebraucht hätte. Hätte gebraucht. Ja, das ist ein Torwart. Ja, das ist ein Torwart. Ja, ja, ja. Es ist zwar ein Torwart dabei, aber der hat nur 64, ist noch schlechter als bei einer. Oh mein Gott. Guck mal, da ist Aboumiang. 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 Ich sehe das nicht, mein Junge. Wollte ich nur sagen. Mein Junge. So, jetzt habe ich nochmal, oder was? Aris. Bitte, ich brauche jetzt einen zweiten Stürmer. Ich brauche einen Stürmer. Aris. Bitte einen Stürmer. Mein Gott, nur ein Gülle, Alter. So einig, dass du zu einem Gülle gehst, Alter. Ich glaube, ich habe immer noch die Maria. Ach, halt der Maul. Ja, und ich habe auch Toros. Ja. Okay, darf ich jetzt gleich? Ja, du bist... Also, drei, zwei, eins, let's go. Und ich habe noch 120k, Maga. Bitte, bitte. Und eine... Wir hätten das lieber machen sollen, wir Vollidioten. Digga. Oh, Mann. Wir hätten einen festlegen sollen auf die Summe. Wollen wir das machen? Wir entfernen einen und legen unser Restgeld da drauf. Wie viel hast du noch? 197.000. Alter, ich habe 120 noch. Egal. Das passt perfekt, weil ich... Ja. Aber wir dürfen ja die Dings auch nicht machen wieder in die Position. Nee. Also, du brauchst auch noch unbedingt einen Stürmer wahrscheinlich, so wie du es mir ausgedrückt hast jetzt, ne? Weil du kannst... Ja, ich brauche unbedingt einen Torwart, ey. Und ich habe da natürlich einen im Auge schon, wenn ich meine 120... Ist ja klar, ne? Mehrere eigentlich. Ika. Ja, nicht unbedingt. Vielleicht auch den Süßen. Ähm... Ähnlich. Alter, Mann. Also machen wir jetzt sofort Mindestkauf... Fortkauf Mindestpreis... Ja, das können wir eingrenzen. Mach beides gleich, damit der ungefähr auf den Wert kommt. Nee, das... Ich mache einfach 100k und gut ist. Nein, mach den Höchstpreis auf dein letztes Geld. Würde ich sagen. Und den Mindestpreis kannst du natürlich selber auslegen, ne? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich bin zu viel zu weit gegangen. So, maximal 120. Mindest wüsste ich auch schon. Aber Mindest weiß ich nicht, Alter. Ich mache... Man kriegt da richtig die Kacke. Ja, ich würde nicht ganz so viel machen, weil nachher, ne? Ich würde auch so... Ich mache jetzt zum Beispiel, glaube ich, so 100k, wenn ich nicht mache. Oder ich mache so... Ja, ich bin ready. Sag, wenn du auch ready bist. Noch nicht. Aber wir können ja auch nicht gleichzeitig gehen. Ja, okay. Wer macht das jetzt? Was ist das? Ich... Den würde... Erzähl. Ja, okay. Drei. Ja. Zwei. Eins. Go. Witze, bitte. Bitte, Mama. Oh mein Gott, das sieht schon mal sehr schlecht aus. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mach schnell, sonst sind die wieder weg. Nee, die sind fünf Minuten drauf. Ach so. Oh Gott. Ich brauche nicht noch einen scheiß dreckigen Hurenstürmer, Alter. Der ist zwar gut, aber... Also recht gut so. Aber den werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht nehmen. Oh man, das ist doch scheiße. Ich bin ein Torwart. Nicht so einen hässlichen... Spast. Oh Gott. Naja, pff, keine Ahnung. Ach man. Ich will das wirklich gar nicht. Weil ich... Nee, den habe ich doch noch nicht. Oder? Doch. Nee, doch. Doch, ich meine, den habe ich schon. Nee, doch nicht. Komisch. Mann, wie scheiße ist das denn jetzt? Und so... Oh man. Den gab es so oft auch noch, ne? Bestimmt gab es den für 2K. Nee, aber... Locker für viel, viel, viel weniger. Darf ich jetzt? Ja, 3, 2, 1, let's go. Warte, Seite. Ja! Ach, fick dich. Ich hätte hier auch einen Stürmer abgehen können. Ich habe 3 Stürmer... Stürmerdings. Wie heißt das? Oh, ich könnte mir sogar... Hallo? Soll ich sagen, wenn ich mir holen könnte? Luris. Ja, fick dich. Genau so einen Hurensohn hätte ich gebraucht. Mann, oh man! Oh Gott! Jetzt ist mein Sturm krass. Ja. Soll ich den noch einen abgeben? Ich habe insgesamt 5 Stürmer. Nur? Ja. Jetzt bin ich am Abwägen. Nee, der kann besser schießen. Ich nehme den trotzdem. Ich habe den Pacewein rausgenommen. Auch geil, oder? Pacewein. So, ich dachte immer jetzt mein normales Team. Achso. Ja, warte, warte. Dann mache ich das auch kurz. Moment, Moment. Ja, okay. Sag dein normal... Also, welches dein normales Team wäre? Also, Torwart, ne? Ist der Chea. Ja. Deiner? Meiner ist Andrea Cossilli. Hat 77. Ja, mir auch. Links habe ich linker Verteidiger Karen Gibbs. Aogo? Talkt eigentlich. In Verteidigung habe ich Kabul und David Luiz. Hummels und David Luiz. Und Rechtsverteidiger habe ich Miguel Lopez. Ja, wollte ich noch sagen. Da habe ich auch einen richtig, richtig, richtig gelöhnen Silbernen. Und zwar James O'Connor. 66 Abwehr. Also, Defensiv. War ganz silberig. 66. Defensiv habe ich Tiot. Hier, Dings. Flumia. Also, Flum. Mhm. Offensiv habe ich... Ach, du Scheiße. Thomas Simkovic. Coutinho. Oha. Links habe ich Michelle Bastos. Ähm, ja. Da habe ich Dings. Hier, äh, wer heißt der noch? Simao. Rechts habe ich die Maria. Gaetan. Und im Sturm habe ich... Reza Campbell. Und... Ricky van Wolfswinkel. Ach, du Scheiße, Mann. Ja, ich dachte, du hast ein Dings bekommen. Ja, warte doch ab. Ach ja, stimmt. Das habe ich voll vergessen. Tut mir leid, mein Junge. Ja, ich habe S-Bahn und Torres. Also, Joker setzt sich jetzt ein, ne? Man darf aber alle, also nicht nur ein, ne? Ja, aber man muss ja nicht alle. Ja, wollte ich nur sagen, ne? Also, ich... Im Tor setzt sich jetzt ein, Strategie am Mandanda. Fuck you. Das ist ganz okay. Äh... Defensiv mache ich... Gar nicht. Habe ich mir gerade überlegt. Offensiv mache ich Marek Hamzik. Alter, der hat ja noch Hamzik, ey. Aber der ist ja mega billig, ne? Ja, aber der ist gut. Und... In Sturm mache ich... Aero. Ach, du bist so ein dreckiger Wichser, ganz ehrlich. Obwohl, ich habe auch nicht ganz schlecht. Ich hätte mir... Ah, das geht nicht so wie er. Man of the Match Fred holen können, aber das 59 Tempo. So, jetzt sage ich, wenn ich da reinpacken könnte, okay? Also, packen. Statt Pace Wein, packe ich Tevez rein. Ähm, der hat einen Schuss, natürlich. Dann statt Coutinho packe ich hier an links rein. Ne? Hernanes. Ist auch nicht schlecht, eigentlich. Statt Gaentan packe ich Valencia rein. Und, äh, was mache ich denn noch? Statt Dings, äh, wie heißt er? Simao, statt Packe ich Diego Capelle rein. Ja, das war's. Und meine anderen Ausweichstürmer wären noch gewesen. Ähm, ja. Ja, Pazzini halt, wie du ja weißt. Äh, äh, und Sturge. Den habe ich zum Letzt gezogen, für 100k. Geil. Richtig assi, Alter. Ja, und ich habe somit eine Chemie von 48. Achso, die habe ich besser. Na? Mh, 61. Alter, wie viel Bewertung? Ja, wegen, äh, ich habe eine Bewertung von 80. 81. Ja, das ist gelingen, die Silberspieler da drin, ey. Oh mein Gott, rechte Verteidiger, das wird so abkacken. Du bist nur über, nur über links gehen, ne? Weil bei mir rechts gar nichts geht. Ich lasse dich jetzt ein. Ja, okay. Du Arschloch. Oh mein Gott. So ein Billig-Team. Okay, im Park, schau mal. Aogo ist, und David Lewis und Hummels, so, die sind trotzdem auch von dir. Ah, die sind alle recht gut, obwohl die recht billig sind. Ja. So, aber trotzdem. Dings gefällt mir wohl gar nicht. Der Rechtsverteidiger und der Gille-Torwart. Flum ist auch scheiße. Ja. Der verbessert auch nicht so viel. Ne. Geh eingeladen. Warte, kurz was. Ach, scheiß drauf. Wenn wir mal annehmen. Ja, und schon fail. Tut mir leid, aber das ist jetzt vielleicht das Ganze von Arsch gewesen, weil ich kann mein Origin im Spiel gerade nicht öffnen und runterlegen, ist die Aufnahme weg. Danke, Origin. Danke. Das ist manchmal so. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ja, versuch du mich halt zu lernen. Ja, hoffentlich geht das. Wenn nicht, sind wir richtig am Arsch. Weißt du, ne? Ja. Dann nimm man nur mal wieder mit Fraps auf und da kann ich noch mal nicht austappen. Äh, kurz, ich wollte nur was schauen, wenn wir schon bei mir spielen. Dann müssen wir auch ein schönes Stadion haben. Wir spielen eh nicht bei dir, weil das nicht gehen wird. Dann machst du einfach gleich Fraps die Aufnahme aus. Ja, ja, klar, klar, klar. Legst runter, nimmst die Anleitung an. Ah, die Profitricks, die kenn ich auch. Probieren können wir es trotzdem. So, Arschloch. Wir spielen einfach mal in dem. Auch mal wieder. Ja, das ist ein Schwachsinn. Wieso dürfte ich dich nicht einladen sollen? So, weißt du? Yay. Ja, ist auch so. Ja, lachen. Fixen nicht, jetzt selber geklicken sie. Reicht, Obi-Gaming, Uli, hat bei Food 1, sehr einen Goldspieler zu gehen.